63 Prozent finden es wichtig, dass sich Unternehmen für Nachhaltigkeit engagieren. Für 30 Prozent ist es ein ausschlaggebendes Lesemotiv, wenn in Flugblättern und persönlich adressierter Werbepost über Nachhaltigkeit informiert wird. 25 Prozent der Befragten lesen E-Mail-Newsletter mit Nachhaltigkeitsthemen. 62 Prozent der 14- bis 25-Jährigen empfinden Werbung mit Nachhaltigkeitsthemen sogar verkaufsfördernd. Besonders stark wirkt sich das beim Einkauf von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten sowie in regionalen Geschäften aus. Weitere Details für Ihre optimale Werbeplanung entnehmen Sie dem Dialog-Marketing-Report unter post.at slash dmr2022